okay die kohle noch mit das ist zum glück noch eine kleine höhle hier wenn das jetzt wieder so ein riesen ding gewesen wäre dann wäre ich da gleich wieder rückwärts ausgelaufen wahrscheinlich weil ich bin jetzt hier ausschließlich auf gebirgs erkundung und mache jetzt hier keine großartige höhlen tour wenn wir hier was ein kleines loch mal stolpern okay sehe ich auch noch ein aber viel größer darf es dann auch nicht sein wie gesagt dann würde ich nämlich rückwärts wieder raus laufen okay nett ganz nett hier so wie gesagt jetzt wollte ich mal da hoch kaxeln irgendwie das ist ja relativ flach hier der aufstieg das müsste gut funktionieren wie gesagt wenn ich so blüten sehe die nämlich gerne mit bei der gelegenheit mal so ein paar so und dann würde ich mal sagen gucken wir mal was dahinter ist noch ob da noch irgendwas auf uns lauert vielleicht ein neues biome wer weiß also roter sand das wäre auch mal geil es gibt ja auch diesen roten sand diese roten wüsten das wäre geil oder ein dschungel hätten wir uns das zwar sparen können mit der cheaterei von unseren setzlingen aber oh mein gott jetzt werde ich aber gleich alter 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 also jetzt bin ich überwältigt hier sollte ich vielleicht nicht runter gehen außerdem ich würde einen sprung hinkriegen der mich genau in das wasser darunter befördert aber er soll ich das wagen eh ohne müsst euch das wagen ich würde da wahrscheinlich nicht ins wasser reinfallen ne alter soll ich das probieren todessprung in das wasser da unten rein leute das wäre es ja das kann passieren und wenn ich das jetzt hinkriege eigentlich müsste es gehen das ist das ist risky aber ich würde das wahrscheinlich nicht schaffen da rein zu springen ne scheiße scheiß drauf komm ja boah alter das war mal ein sprung boah krass also ich habe jetzt leider gottes das problem wahrscheinlich wegen dem rendern dass hier minecraft nicht mehr hinterher kommt gerade das ist schon wieder asynchron das kotzt mich an ich will das nicht cut mann 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 das spiel mit das spiel will mich dicht lumpen hier vielleicht sollten wir zurückgehen weil er kommt nicht mehr hinterher der hat gerade echt probleme hier ach man ey das ist ärgerlich ich versuche es jetzt erstmal ob es irgendwie hinkriege wieder jetzt läuft es erstmal wieder kurz im moment aber es war halt eine ganze zeit lang hat es nicht hingehauen der sprung und mein schrei dazu das war jetzt bestimmt nicht ganz korrekt also ist egal mal sehen das ist die folge müssen wir noch hinkriegen und dann dann muss ich nochmal neu starten glaube ich hier so na gut dann nehmen wir erstmal die kohle noch mit die hier noch so rum geistert auf jeden fall eine sehr bunte tierwelt hier draußen das ist auch schön komme ich mir nicht ganz so verloren vor ja ah kohle 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 tá alt das ist aber auch ein never ending biomies das geht immer das mal weiter das sieht aus wie die staumauer irre vollkommen irre übertrieben hier Ich laufe mal wieder ein kleines Stückchen in die Richtung hier. Immer wieder Kohle. Schön. Nehmen wir doch gerne. Weißt du, was mir so einfällt? Theoretisch, wenn wir hier drüben Schafe haben. Das fällt mir jetzt so ein. Theoretisch, wenn wir hier drüben Schafe haben, könnten wir doch die Wolle mitnehmen, oder? Fällt mir jetzt so ein, Mensch. Wenn wir hier Schafe haben, nehmen wir uns die Wolle einfach mit fürs Schiff. Da sparen wir uns unsere Schafe zu Hause ein bisschen. Wir müssen da nicht ständig warten, sondern nehmen hier von der Reise einfach ein bisschen Wolle mit. Das ist doch... Das ist doch ein Ding, Mensch. Wieso denke ich denn an solche Sachen, an solche Lappalien nicht, ey? Das ist doch besser, wie es nicht sein kann hier. Sogar noch Eier. Mensch, und hier sind genügend Schafe. Also, die nehmen wir doch gerne mit. Die nehmen wir doch richtig gerne mit. Zwischendurch mal ein paar wilde Schafe scheren. Ja, klar. Mensch, so weit habe ich nicht gedacht, ey. Ohne Scheiß. Dabei brauchen wir doch so sehr die Wolle. Und ich rede immer noch, ja, wenn wir hier von unserer Tour zurückkommen, dann sind unsere Schafe wieder nachgewachsen. Dabei haben wir hier wilde Schafe und die geben uns doch auch Wolle. Mensch, und davon nicht zu wenig. Gucken wir doch schon wieder ein bisschen was. Ups. Das ist doch mal was, Mensch. Da stolpern wir hier über eine Herde Schafe und denken nicht drüber nach, dass wir doch weiße Wolle brauchen für unser Boot. Die haben sogar eine Höhle hier. Eine Schafshöhle. Und hier ging es da auch nochmal runter. Nur eine Unterführung. Nö, nur ein kleines Hühlchen. So. Also Minecraft läuft jetzt erstmal wieder. Wie gesagt, mit diesem Asynchron hier. Das ist ärgerlich. Das hat für uns nicht richtig gestimmt. Da müsste ich immer wieder kleine Cuts machen in meine Aufnahmen und gleichzeitig auch Cuts in meine Tonspur machen. Und das sah dann wahrscheinlich ein bisschen ulkig aus. Zumal der Ton mit dem Bild nicht mehr übereingestimmt hat. Das ist eben das genau, was ich immer meine. Das ist blöd immer, wenn sowas passiert. Na gut. Lassen wir die Schafe mal in Frieden hier hinten. Da ist ein weißes Karnickel. Oh, schönes Tier. Aber die Karnickel, das muss ich ehrlich sagen, die hängen mir ja eh ein bisschen zum Hals heraus. Die machen ja eh immer nur Schaden. Oh, noch mehr Schafe. Danke, danke, danke. Okay, und schon habe ich es gesagt und schon haut es wieder nicht hin. Hier, scheiße. Ähm. Ja. Schön, dieses weiße Karnickel hier. So, ja, wie gesagt, hier standen wir ja nur schon mal. Aber ich gehe wieder in die andere Richtung. Jetzt ist ja nichts. Das sind ja die reinsten Bergschafe hier. Okay. Hier ist wieder so ein bisschen Fichtenwald. Alter, da hinten. Aber immer, halt immer wieder Schafe dazwischen hier. Dass hier keine Föckel hinbrennt. Die lassen teilweise sogar dreimal Wolle hier droppen, ey. Die sind richtig, richtig fett gefressen, die Dinger. Da machen wir jetzt eine Wolltour statt eine Kohletour hier, glaube ich. Anders wird es nicht werden. Wenn es hier die Schafe vor die Schere laufen. Ja, moin. Warum nicht? Nehmen wir immer mal so ein bisschen mit hier, sporadisch. Dann gucken wir mal, was wir hinten noch so Schickes haben. Und wenn wir hier aber nicht... Alter, das sieht schon mächtig geil aus da oben, ne? Wenn wir jetzt hier aber nichts Spektakuläres mehr finden oder nichts Ultra-Geiles, dann laufen wir dann langsam wieder zurück. Oh, hier, guck mal. Guck dir das mal an. Das ist ja gerade so, als ob die hier spawnen, ne? Oh, herrlich. Ich danke euch. So. Okay, komm. Vielen Dank.